Kapitel Einführung zu Kapitel E01. Das deutsche Alphabet. Wir behandeln jetzt das C. C wie Vitamin C. Das ist ein großes C. Das ist ein kleines C. Wir sprechen C. Uns ist leider kein anderes Beispiel eingefallen. Vielleicht fällt Ihnen unter C etwas ein, was mit Obst, Gemüse oder Garten zu tun hat. Bis zum nächsten Mal.